Die Frontkniebeuge. Die häufigsten Fehler bei der Frontkniebeuge ist die falsche Positionierung der Stange. Auch hier wieder zu schnell exzentrischer Bewegungsablauf nach unten, völlig unkontrolliert und natürlich wieder ausgeführt mit Umkehrschwung. Das bedeutet am Ende des exzentrischen Weges nicht angehalten. Der Rampolineffekt. Die korrekte Ausführung, langsam runter, konzentriert runter, unten im tiefsten Punkt kurz anhalten, kontrolliert nach oben, Zielmuskelspannung und im konzentrischen Bewegungsablauf gleichmäßig ausatmen.